so jungs geht los ok mal gucken ob wir jetzt ein argo hinkriegen am anfang nicht wenn Justin die Scheune macht und nicht ich halt's mau ich mache es besser als du stimmt eigentlich aber heute noch nicht ja einmal habe ich da gefällt was heißt denn hier stimmt eigentlich er ist halt links stärker ich hab das immer voll gut gemacht das stimmt auch ja ich bin da stärker machen wir es Ago also B ich hab mich nicht umgezogen oh bis raus heute gestand links also geflasht er ist noch zwei der muss dann sporen kann einer sein dass durch ist ich weiß es nicht guck gleich mit jetzt hier rein guck bitte das war genau so lange gebraucht in zeitlupe wie in real life war noch echtzeit oder das war alles verwirrt das war alles verwirrt soll ich gleich mit dem machen ne wurde einmal mit sniper geholt da kann ich auch nix für die bitte machst du scheiße block mich nicht komm auf B denn ne ja einer steht vor dem Stein und aint ab lol der ist ganz hinten im spawn auf dem Panzer hochgesprungen hat mich in der Weltenmitte weggeholt ja wo bist du der ist am Kleinstein da waren zwei auf B und auf einer war am großen Stein und einer stand da hinten auf hinter der ist der letzte war mitte also der kann sporen eigentlich der laufen ne ich guck nach hinten denn wo hast du hast du Rathaus ja so lala wechsel zwischen Rathaus und der denn Richter und sieht er mich da wenn ich so gedruckt bin glaub nicht wo hab ich der ist ganz hinten geboren der sniper hochgesprungen mit thermal hat mich durch den daumen da weg geholt und ich stand dass der ist das musst du mir gleich mal zeigen nicht in der M8 Klasse bei dem Panzer da bei Green davor ja ich weiß wo du meinst da ist er hochgesprungen hab ich schon öfter gesehen das ist aber ewig krass denn ne gehen wir nochmal ja ok nochmal ok boah 10.000 mal klasse gewechselt grad die sind eigentlich schon wieder für Gegner die sind ganz gut eigentlich ja einer ist am Panzer einer ist am Panzer der schmied jo sauber einer Rathaus drin Rathaus Rathaus ja ich sehe es wahrscheinlich hier nicht wenn er von unserem Spawn kommt einer kommt von unserem Spawn ist wieder zurück im Gang heute ist heute hinter dir ja der hat mich nice aber du konntest doch gleich content wa? jo jo wenn Junker am Leben ist ist alles gut Dicke Maske nice schön drei Runden noch leute wup 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 spiele ich jetzt die Mitte anders wenn der da so komo spielt meinst du das geht der doch mal hin? ja mach ich ja auch wenn der da immer wieder hoch springt so ja warte ich fahr mit Auto durch die Mitte denn ja ich geh da einfach hin mit ähm mit kaltbüte ja ich hab schon Auto jetzt ne ja egal was auf dem Salat fahr einfach durch die Mitte durch kann er nicht schaden einer der Sniper wieder dahinten ne? pass auf ja ja hier kommt schon was ja der ist da wieder am Sniper ja wieder am Stein wieder am Stein oder am Panzer besser gesagt da der runter der ist glaube ich auf B rüber gegangen der vom Panzer ja mann zwei auf B das ist scheiße einer ist klein Stein bei unserer Seite meint ich der Sniper ist oben top die kommen die euch pusten der pustet euch ich bin alleine hier so die sind durch da komplett die sind durch da komplett ah Stein natürlich ich doch ist der Kurses nein oh nein nein oh ja sorry das war richtig dumm Dann hast du nen B-Go machen. Uiui, scheiße. Rieche ich da Sniper Overkill VMP? Hat der nicht der andere Sniper? Ich glaube der andere hat den Sniper, ne? Ja. Aber er hat so wenig Aussätze auf der Rappe. Ja, das sieht schon komisch aus. Komisch? Komisch? Bei der VMP denke ich immer, hm? Hat der vielleicht? Das ist OP denn, ne? Ja. Neutralize the objectives. Charge is acquired. Ich weiß nicht wie ihr das seht, aber ich bin großer Fan davon, wenn man das Auto nicht am Anfang der Runde einseht. Okay. Einer ist oben, Kösch, und einer Rathaus. Ich finde das macht immer irgendwie Bäume auf. Einer rechts zum Sniper, ein rechter Stein. Rathaus hol ich mir. Ah nein, der hat nicht der erstes One-Shot. Ah, fuck. Oh. Hat er mich da auch noch an. Müssen pushen. Komm wieder zurück. Komm wieder zurück. Er lag rechts irgendwo. Jo, jetzt war der Sniper. 3-9. Na, fuck. Nur nochmal raffen jetzt, Leute. Jo. Komm, B mit wieder. Defend the objectives. Der pusht mich schon. Boah, zu zweit. Der ist weg, der ist weg, der ist weg. Ja, einer B und einer noch auf dem Berg top. Wir sind beide da links. Einer ist weg, top 10. Was durch funktionieren. Was durchgehen. Die Bombe war da, ne? Die ist gedroppt. Okay. Der steht. Und der ist weg. Ich bin weg. Ich bin weggelebt. Ich bin weggelebt. Angere. Wo ist der der B, der? Ich bin weggelebt. Ja, ich bin weggelebt. Ich bin weggelebt. Bis zum nächsten Mal. Was haben die denn für einen Bug denn? Wenn du schießt, wirst du glaube ich nicht auf der Radar. Ich hab jetzt keinen Toffee dabei, gell? Ich glaub einer war ein Kirchturm. Einer links. A. Hab ich. Nein, meine Flash. Warst du schnell durch, wa? Ja, nicht der Overdrive. Einer ist bei mir noch hier. Ich guck halt unten am Sporn. Ich hab Mittel. Zwei. Zwei noch. Kann sein, der läuft, gell? Naja, ich hab ich. Außer er läuft ganz außen rum. Einer ist vorne. Down. Freunde. Freunde, letzte. Bombe safe. Bombe safe. Sauber. Und das ist, wie wir es machen. Get ready for the next round. Ritze. Letzte Runde bitte. Danke. Alle einsteigen. Wup wup. Nee. Wo ist der Bus? Mit den Leuten? Ich glaub die gehen A. Ja. E auf B kommen dann. Da sind auch B. Einer geht hoch hast du hin. Warte, ich fahr mit dem Auto dann durch. Sind die B vorne schon oder hinten? Nee, kleiner Stein. Ich bin relativ offensiv gesteckt. Die sind zwei in der Mitte. Eine House und einer Green. Kleinen Stein hab ich. Wo? Der hat mich gesniped. Der ist da am kleinen Stein gewesen. Guck mal einer. Guck mal rechts. Oder ich guck rechts. Warte. Ganz hinten im Spawn. Mit dem Stein dort. Es sind noch zwei, ne? Es sind noch zwei. Die machen Death. So, macht jeder auch dann. Du hast den Mitte Chanka, ne? Jojo. Machst jeder rechts in deinem Stein am besten. Bei dir. Also da vor dir meine ich. Du bist jeder rechts. So, ich lag's da. Der hat die Bombe. Hat der die Bombe gedroppt? Weiß ich nicht. Ah, safe. Das ist safe. Oben Stein, oben Stein. Oben, oben Stein. Hölf Sekunden noch, ne? Prost, der Prost. Der ist one shot. Nice. Ich wollte gar nicht mehr challengen, Alter. Ich hab nur auf die Zeit geguckt. Ne, da geht's jetzt nicht mehr rein. Was ist die nächste mehr? E-Bag, ne? Ja. Das ist der Knaller, Alter. So was hab ich noch nie bekommen. Vielleicht pisst du schon leer oder so? Ja, aber das ist schon reudig, sowas, ey. Vielleicht meint sie, ähm, piss you off, also dass sie dich nervt und sowas. Oder, ja, eigentlich, ähm, aber komisch. Das ist komisch. Ja, ja. Das ist in der Tat komisch. Drei mal Heatwave. Drei mal Heatwave. Nietzsche. Für heute noch Prostige 6, oder? Das ist der Zweitweiteste schon. Hab ich gehört. War meine Intention, ja? Ja. Also, ich und Max machen B. Du und Max? Dann haben sie sie verteidigen zuerst, ne? Ich mach ja mit den. War schon richtig, ne? Ich mach A. Ich mache A, go. Also A, def. Ja. Machst du oben, Max? Max? Ja, wenn ich immer noch... Oh mein Gott. Ich mach unten. Okay. Sorry. Ich mach Woi one. Ja, nichts bisher. Oh ne. Wo sind die? Oh nein. Einer ist, keine Umfeld. In der Mitte. Oben B, oder was? Er legt Bombe dann bei mir. Nice. Letzter... Nice. Der ist mal gut gedroppt. Der ist richtig gedroppt. Der Erste. Guck ihn dir an. Ich check's nicht. Der Zweite ist aber auch schnell draußen. Aua, die waren drei Hit, ne? Ui. Da war ein Kopfschuss, glaub ich, der Erste. Ja, ja. Drei Hit mit einem Kopfschuss. Ja, das geht. Perfekt getroffen. Wohin geh ich jetzt? Einer mache ich die Mitte von A. Ich komme gleich rüber, ne? Ja, ich die A. Wasser macht dann den wall one da außen rein. Ich blente. Einer muss nach vorne gucken gleich mit mir. Ja, das macht Max. Der ist schon da. Ja, der hat mich, der ist weak. Angehendet. Ja. Oh mein Gott, außen am Eck, außen am Eck. Bei Sticks. We got the bomb. Nice. Du und tschüss. Das sind der Flamme Müge. Das durchgehen, das durchgehen, das durchgehen, das durchgehen. Die ganzen wallruns von Chang'e, die nerven so. Okay. Der kommt. Nein, nein, nein. Das war meinest dann. Ja. Ich wollte nur gucken. Warum stunst du die Tür, wenn da keiner mehr ist? Warum er da oben? Oh nein. Ja, nein, nein, nein. Tschüss. Der ist gesprungen, der kommt voll ran hinter dir. Wir sind aus Zeit, nicht zurückzuhalten. We lost that engagement. Regroup and go again. Hat der Semi gut geklappt. Ich hab noch keinen Spot dafür. Ah, müssen wir mal gucken. Das ist eigentlich aber schon das bewährte, dass ich das halt so langsam überflach. Ja, ich musste ja erstmal mich rantasten oben. Aber komm, wir machen weiter so. Vergesst jedes Mal, die Scheiß sich so nicht zu ändern. Die MR6 ist voll gut, die musst du denn. Einer hat den Wallrun unten gemacht. Steht kein. Doch Mitte. Mitte ist offen, ne? Geben wir halt da laufen. Sind aber noch nicht durch. Da hab ich auch noch keinen gesehen. Ganz auch nicht. Einer ist noch Mitte, einer ist noch Mitte. Nice. Walldrop die Vespa, hey. Das ist ja richtig krank. Einer, ja. Ja, ist echt keiner. Hat der Mitte gegangen? Das ist der Case. Hinten Mitte. Über mir, über mir, über mir, über mir, über mir. Wo bist du? Wo bist du? Nee, oder was? Nee, neben mir. Genass. Anstatt, dass ihr mir den letzten lasst. Momentum in the next round. Tschanga. Was? Du sollst kläre antworten. Hey, du, du Affe. Über mir, und dann war er neben mir. Ich hab nur so'n Roboter laufen hören. Wollte dich schon fragen, ob du es bist, aber du warst ja irgendwo anders. Far, far, far away. Darum, nirgendwo. Far, far away. Einer von euch. Ja, 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 ja. Ich muss mich da noch dran gewöhnen. Wir nehmen es voll auf die Bombe. Ja. Einer ist in der Mitte durch, Alter. Wie geht das denn? Noch einer. Da war noch ein Ende. Das war der nicht, ne? Ah, der hat mich. Scheiße, der war noch. Oh, ich bin full flash. Ich bin full flash. Da waren zwei in der Mitte. Zwei in der Mitte. We got the bomb. Einer, deren Spawn. Es ist one shot. Geht wall run hinten. Oh, der Haus. Oh, kein AIM. Der rechts zum Haus war der. Two on two. Da, 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 da. Oh, nice, Digga. Eine, two on one. So viel. Einer kann sich in die Ecke stellen an die eckige, eckige. Eckige. Steh, steh. Aim, aim. Wall run. Oh mein Gott, one shot. Läuft. Nice. Hasse die Mä. Das war grad lustig. Steh, steh. Und ihr steht. War das jetzt an mich oder an Jango? Nee, an Jango. Und dann aim, aim. Und dann aim. Ich hab auch geaimt. Jawoll. Du musst Kamera beeinflussen. Über overdrive. Und Auto. So. Fahren wir mit dem Auto durch die Mitte? Oder durch B? Aber wir wollten ja nicht am Anfang einsetzen. Okay. Oh, na, zwei Mitte. Nein, bei B hinten. Oh. War das für den B, Gower? Hast du die Mitte noch, Jimmy? Ja. Aber ich steh hier ungünstig. Warte, ich guck mal da. Oben, oben, oben. Ist down. Ja. Scheiße. Der kam von A. Oh. Hast du gesehen? Ja. War doch im Rücken geeinigt. Wo seid denn ihr? Drei gegen einen. Lass mal zusammentreuen. Einer zu B. Einer zu B. Einer zu B. Und eine Spawn. Schaube. 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 Lass mal B. Moment, der ist ein Riesenrad. Wie ein MV1. Oh. Lass mal B. B. Lass mal A. Ich bin Overdrive. Ich glaube, wir sind immer A bis jetzt. Lass mal B. Okay, B. Okay, ja. Mach den Wall-1. Ja, genau. Oben läuft wieder runter. Er ist geflasht. Ja, ich höre den. Achso, du. Ah, der links. Boah. Keule. Schaube. Schaube gerade unseren Rücken. Nice. Danke. Tumpf noch. Alter, AC, AC, AC. One shot. Habe ich. Das ist ein Beklierung. Ja, hinter uns. Hinter uns. Pass auf, pass auf. Nicht sterben. Blick Richtung Küche. Manowar ohne Schaft, Alter. Was sagt ihr? Umi. Oh nein, der hat aufgehört. Oh. Wie er flippt. Der war eben an unserem Sporn. Guck mal nach hinten hier. Ich habe einen Wasserfall. Oh, beruhigend. Endlich mal waschen wir durch. Ja. Heißt du? Alter, der hat drei Hits, ne? Der, 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 der. Einer daneben, also zwei Hits nur. Ne, zwei daneben. Äh. Alle drei drauf. Ja. Alle drei drauf. Ein Penis. Unterdach. Eigentlich, wir spielen gar nicht schlecht hier EVEC, ne? Ja, gerade nicht. Bis hier auf Siege schreibt. Alles nicht. So cool. Ich habe einen Autowagen. Und Psychos. Ich habe gar nichts. Ich habe Glitch. Wo kommen die? Einer war Mitte, habe ich. Noch einer Mitte. Warte, ich zähl mir mein Auto. Ich gehe auf A durch. Ich habe mich nicht pushen zu wollen. Auf A weine. Zwei. Alle zwei noch hinten. Alle zwei hinten noch. Kommen wir da. Sauber. Das war schön. Und äh. Heute noch keine Map verloren, ne? Hätten nicht gedacht, dass wir gegen die so EVEC gewinnen, ne? Ne. Auch nicht. Aber ist ja alles cool gewesen. Nächstes. Bin dabei. Jaaaa. Hätte ich nicht gedacht. Haben wir schön gemacht. Komplett drei. Applaus an alle. Jetzt bekommen wir einen Huh in so einem Gegner. Fest auf. Zero. Er hat das Harvard gesagt. Fünf Euro in die Klarenkasse. Machst mir bitte immer noch das Profilbild. Du hast immer noch keinen Account gemacht. Oh mein. Du hast immer noch keinen Post gepostet. Ich habe dir eine E-Mail geschrieben. Es war schon auf und genug. Das reicht nicht. Ich habe dir eine E-Mail zurückgeschrieben. Er hat mir jetzt echt noch drauf geantwortet. Ich hab es nicht gerade? Ich hab eine E-Mail映 Liveolo energete nur hinein vergangen. Jetzt bleibt ein E-Mail. Ich hab dich mit eingekommen. Obergerich.